Musik Herzlich Willkommen zu Jugendhekt Nord. Musik 44 Stunden, 10 grandiose Projekte, 38 Jugendliche, 18 grandiose ehrenamtliche Mentorinnen und ein zwölfköpfiges Orga-Team. Herzlich Willkommen, wir freuen uns total, dass ihr heute alle hier seid, zu Jugendhekt Nord, dem ersten regionalen Ableger von Jugendhekt. Und ich möchte uns ganz kurz vorstellen, mein Name ist Teresa, ich bin selbstständig im Bereich Webentwicklung und als wir letztes Jahr gehört haben, dass Jugendhekt auch jetzt neuerdings regional veranstaltet werden soll, haben wir direkt geschrien, hier Hamburg, Jugendhekt muss sofort nach Hamburg. Die Chance lassen wir uns nicht entgehen und deswegen freuen wir uns unglaublich. Ich kann es kaum mir vorstellen, dass wir jetzt hier alle sind. Wir haben ein halbes Jahr drauf hingearbeitet und jetzt stehen wir hier. Steffi? Ja, ich kann es auch kaum glauben, endlich sind wir hier und wir sind total happy, dass das alles so gut geklappt hat. Genau, also ich heiße Stefanie, bin UX-Designer und war letztes Jahr in Berlin schon als Mentor dabei bei Jugendhekt und war so geflasht von den ganzen Projekten, die die Jugendlichen umgesetzt haben, an einem Wochenende. Und so beeindruckt, dass ich dann nicht nein sagen konnte, als Teresa mich gefragt hat, ob wir das hier in Hamburg ausrichten wollen. Genau, also Jugendhekt hat 2013 zum ersten Mal stattgefunden und war dann letztes Jahr 2014 schon so erfolgreich mit 120 Teilnehmern in Berlin, dass sich die OKS und Mediale Pfade, also die das Gesamtevent ausrichten, sich gedacht haben, okay, wir brauchen unbedingt regionale Events. Und deswegen fand dieses Jahr zum ersten Mal Jugendhekt Ost, Süd, West und Nordstaat und jetzt hier in Hamburg sind wir total happy, dass Paula und Daniel uns das Vertrauen auch geschenkt haben, in uns das hier in Hamburg auszurichten. Und wir sind sehr happy, jetzt Hamburg. Ja, wir rocken das. Genau, was ist Jugendhekt eigentlich? Ich glaube, das wisst ihr alle, sonst wärt ihr alle nicht hier. Aber nochmal ganz kurz, Jugendhekt ist ein Förderprogramm für junge, programmierbegeisterte Jugendliche. Und Jugendhekt steht unter dem Motto, mit Code die Welt verbessern, weil uns geht es auch darum, dass wir neue Technologien nicht nur anwenden können oder benutzen können, sondern dass wir die Technologie dahinter auch hinterfragen können und zwar kritisch und eventuell auch aus einer ethischen Perspektive betrachten. Hier jetzt bei Jugendhekt Nord haben wir dieses Jahr einen Gaming-Fokus, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und zwar haben wir kooperiert mit der Play, dem Festival für kreatives Computerspielen, was diese Woche in Hamburg stattgefunden hat. Und deswegen sind auch ganz viele tolle Anwendungen im Bereich Gaming entstanden. Genau. Generell kann man sagen, dass so ein tolles und riesiges Event natürlich niemals möglich wäre, ohne die Hilfe von ganz, ganz, ganz vielen engagierten Menschen. Und zwar möchte ich zum allerersten Mal dem Gausshof danken, für die ganz tolle Location, in der wir hier heute sitzen. Es ist ganz schön kuschelig geworden, glaube ich. Als wir das anfangs geplant hatten, wussten wir nicht, wie groß ist die Resonanz, wie viele Jugendliche melden sich an, wie viele Eltern kommen letztendlich vorbei. Und es freut mich total, dass wir die Hütte voll haben. So, dazu gehören natürlich auch die Sponsoren. Genau, denen möchten wir auch danken, weil Jugendhekt ist ein gemeinnütziges Programm. Das heißt, ohne die ehrenamtliche Arbeit von Freiwilligen und ohne die finanzielle Unterstützung von ganz vielen Sponsoren und Firmen wäre dieses Projekt gar nicht möglich. Deswegen einmal nochmal Applaus für unsere vielen Sponsoren. Vielen Dank. Aber die wichtigste Säule dieses Events ist eigentlich das großartige Team von Mentoren, weil ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Weil die haben die Jugendlichen richtig toll unterstützt im Laufe der Projekte. Und deswegen fände ich es schön, wenn alle Mentoren einmal kurz aufstehen und winken können, weil ich würde euch am liebsten alle umarmen und einen Kuss auf die Backe drücken dafür, dass ihr so toll heute da wart. So, wenn ihr da steht da noch. Winkt mal oder steht mal auf. Ja. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was haben wir eigentlich das ganze Wochenende gemacht. Also zum einen hatten wir Datensätze zu verschiedenen Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel Zukunftsstadt, Zukunftsdorf, Bildung, Umwelt, Freizeit, natürlich Gaming und haben dann ganz wild gebrainstormt. Dieses Brainstorming haben wir dann in Ideen visualisiert und hatten auch viele Gäste da. Wir haben Input-Talks gehabt zum Thema Open Data von Marco Maas, auch heute hier Jury-Mitglied. Wir waren ganz stolz, dass wir den Vorstand vom CFKs Computer Club hier hatten, der mit den Jugendlichen über Hacker-Ethik diskutiert hat. Wir hatten Talks zu Indie, Serious Gaming, natürlich zu Virtual Reality, Oculus Rift, dazu dann später auch nochmal mehr. Wir haben ganz viel Hardware zum Basteln da gehabt. Da werdet ihr dann auch einige Projekte noch sehen, die die Hardware dann verbaut haben. Wir hatten einen der 3D-Drucker da, immer sehr stark frequentiert belagert. Super. Ja, haben natürlich total lecker gegessen und das Allerallerwichtigste, gehackt. Und zwar das ganze Wochenende lang. Was ist eigentlich ein Hackathon? Für alle die, die das Wort vielleicht auch noch gar nicht so kennen, das Wort setzt sich ja zusammen aus Hacken und Marathon und das sagt eigentlich schon alles. Das heißt, wir haben hier wirklich ein ganzes Wochenende bis spät in die Nacht gehackt und sind morgens früh um 8.30 Uhr, waren wir hier schon wieder hier. Also total verschlafen ging es dann weiter und ich glaube, die Jugendlichen müssen einiges an Schlaf nachholen nach diesem Wochenende. Die haben so reingepowert. Beim Hackathon geht es nicht darum, am Ende ein fertiges Produkt zu haben, möchten wir an dieser Stelle nochmal sagen. Es geht darum, dass die Jugendlichen einfach mal machen und ausprobieren. Egal wie verrückt die Idee ist, man versucht einfach was Cooles auf die Beine zu stellen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass ab und zu mal was schief geht, einem Fehler unterlaufen oder sich irgendeine Technologie erwiesen hat, dass das vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Aber das ist ganz normal und gehört zum Lernprozess, genauso wie im alltäglichen Leben beim Hacken oder Programmieren. Deswegen, jedes Projekt und jede Idee ist es wert, vorgestellt zu werden. Deswegen auch keine Angst vor dem Präsentieren gleich. Das sind alles super tolle Ideen und ich bin mega stolz, was ihr innerhalb der super kurzen Zeit hier für krasse Anwendungen entwickelt habt. Deswegen, ich freue mich schon total. Hier ist schon mal ein Applaus für die Jugendlichen. Bevor wir zu den Projekten kommen, ihr seid bestimmt alle schon total gespannt, wollen wir euch noch mal ganz kurz die Jury vorstellen. Also wir haben zum einen hier Diana Knole, Founderin von AppCamps und die setzt sich auch dafür ein, dass Kids und Jugendliche programmieren lernen. Dann, wie schon vorher, an dem kündigt Marco Maas, unser Verfechter der offenen Daten hier von Open Data City. Dann Drittorina Gumm vom Chaos Computer Club und der Initiative Chaos macht Schule. Dann haben wir den Sven Reink, der uns als Mentor hier das ganze Wochenende unterstützt hat und der den Code unter die Lupe genommen hat. Und Katrin Joosweg von der Play, Initiative Creative Gaming. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Die Preiskategorien. Also es gibt zum einen die Kategorie Bestes Design. Das erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Dann haben wir noch die Kategorie Bester Coach. Da geht es dann um die technische Umsetzung, um die verwendeten Technologien. Dann gibt es noch die Kategorie Aha-Moment. Also Aha-Moment ist so dieser, ach, wieso habe ich da nicht mal dran gedacht? Da wäre ich nie selber draufgekommen, aber die Jugendlichen sind draufgekommen. So, das ist dieser Aha-Moment. Dann gibt es natürlich einen Sonderpreis Gaming. Und, ja, gemäß unseres Mottos mit Code die Welt verbessern. Erklärt sich auch von selbst, glaube ich. Und dann gibt es auch noch den Publikumspreis. Das heißt, ihr dürft alle später auch noch für euer Lieblingsprojekt abstimmen. Wie das geht, das erklären wir dann noch. Und dann gibt es noch die Kategorie Firste.